Deswegen müsste ich eigentlich meine Minenfähigkeiten verbessern, damit wir den, ähm, roten Quarz bekommen. Den haben wir doch schon. Hast du schon? Ja, die Minenkarten funktionieren. Ja, die... Ja, dann. Ja, dann. Das ist alles in der Folge, die, ich glaube, heute online gegangen ist. Ich meine schon. Oh, ich... Vielleicht geht's mit der Angel. Was willst du denn auf dem Feld fangen, hä? Aber es passiert mir auch ständig, als ich den, äh, Eidenschläger noch hatte, hab ich doch ständig überall übergeklickt, hab zugeschlagen. Mhm. War auch nicht so smart. Du hast das Schild gesehen, was ich in deinem Haus angebracht habe? Ja, eine Edelwicker. Ja, ja, du bist meine Edelzicke. Auf Englisch heißen die Sweet Pea. Ich weiß. Und Sweet Pea ist mein Lieblingscharakter aus Riverdale. Was zum Henker ist Riverdale? Ah, ne Netflix-Serie. Ach so. Hashtag Werbung durch Namensnennung. Hashtag Werbung durch Namensnennung. Hahaha. Nee, also, worum geht's da? Ist das sowas wie, äh, Gossip Girl? Oder sowas eher wie, ähm, Dallas früher? Es ist schon cooler als Gossip Girl. Ah, ich weiß gar nicht. Wie kann man das am besten vergleichen? Du guckst so eine Serie und kannst München erzählen. Oh Gott, okay. Smart. Das sagt schon viel über die Serie aus, muss man sagen. Also, es geht halt um Jugendliche aus der Stadt Riverdale, die alle zur Highschools gehen. Nein, echt, das ist ja krass. Ja, wirklich. Also, es gibt die Northsider und die Southsider. Und die Northsider sind halt die gut Betuchten, während die Southsider, also die nicht so gut Betuchten sind. Also, ist das sowas wie, ähm... In Trailerparks wohnen und so Zeug. Ist das sowas ähnliches? War, 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 nee, nicht foodlos. Nee, welcher Musicalfilm war so ähnlich? Oh Gott. War das foodlos? Nee. Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich will mich jetzt auch nicht blamieren. Keine Ahnung. Aber würdest du die Serie an sich empfehlen? Ich würde die an sich empfehlen, ja. Also, ich hatte sehr viel Spaß daran, ich habe sie auch ein bisschen empfehlen, mit dem ich, äh, Rogue-Pay Games schreibe. Ah, ist die, ist die abgeschlossen? Äh, nein. Da kommt jetzt demnächst die dritte Staffel, im Oktober. Ja, ich dachte, aha. Ja, ich habe letztens, äh, ich muss ja mal wunderschön warten, bis die neuen Folgen von Queer's Anatomy kommen. Ich habe letztens, ähm, Witches of East End angefangen, was mich so ein bisschen an, äh, Charm früher erinnert hat. Da kommt ja jetzt auch eine neue Staffel. Kind, gerne gesehen habt. Ja, aber von Charm kommt jetzt so ein Reboot. Genau. Also keine neue Staffel, sondern dieses komische Reboot-Gedön, so. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin jetzt vom Hof gerannt, mit voller, vollem Elan. Und jetzt ist irgendwie so, ja, hm. Du wolltest über Witches from East End besichten. Nee, Witches of East End. Oh, of. Entschuldigung. Ja, habe ich einfach mal angefangen, weil mir echt sterbenslangweilig war und ich auf Amazon Prime, Hashtag Werbung durch Namenssendung, äh, die haben einfach kein, kein Anime mehr, den ich noch nicht kenne. Ja. Beziehungsweise, die haben, die Animes, die sie haben, muss man halt größtenteils kaufen, also die haben die nicht kostenlos. Und ich muss irgendwie pro Staffel, ich weiß nicht, 5 Euro oder so hinlatzen. Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, ob der Preis stimmt. Und, ähm, nee, wäre mir zu doof gewesen, so viel Geld auszugeben für so viele Staffeln. Aber ich wollte, eigentlich wollte ich nämlich irgendwie Yu-Gi-Oh! nochmal neu gucken. Oh. Nach der ganzen Zeit. Gibt es das bei Netflix? Wir haben kein Netflix. Ah. Wir haben nur Prime. Wir haben schon in der Idee gehabt, Netflix uns zu holen, aber, ja. Und auf jeden Fall habe ich dann halt ein bisschen durchgeskippt und alles und habe halt, äh, verschiedene Serien eingegeben, die ich halt früher gerne geguckt habe. Sowas wie Cold Case oder Criminal Intent oder Law & Order. Oh, ja. Gab es natürlich entweder nicht bei, äh, Amazon Prime oder musstest du auch für bezahlen. Wo ich mir dachte, so näh, das sehe ich nicht ein. Hab ich irgendwie keine Lust drauf. Und dann habe ich, ähm, äh, nochmal gucken gehabt nach Serien halt und bin halt auf Witches of East End, äh, gekommen und habe mir jetzt angefangen anzugucken, so die ersten zwei Folgen. Und habe absolut schon nicht mehr durchgeblickt, nach der ersten Folge schon nicht mehr, aber ich fand es ganz interessant. Also, es ist zwar, es ist in zwei Staffeln abgeschlossen, aber es wurde in der Produktion abgebrochen, sodass das Ende der zweiten Staffel halt offen ist. Hm. Warum abgebrochen wurde, konnte ich auch nicht rausfinden im Internet. Ich habe auch eigentlich wirklich, äh, nicht wirklich lang nach dem Grund gesucht, muss ich zugeben, weil ich mich auch nicht spoilern wollte, zu sehr. Aber ja. So ist es immer ärgerlich. Ja, das ist ein bisschen wie Shadowhunters. Ja, Shadowhunters habe ich auch nie gesehen. Also, ich habe ja mitbekommen, dass ihr da alle so super Hype drauf gewesen seid. Aber, pff, nee, weiß ich nicht. Aber jetzt hat das auch ein offenes Ende, oder was? Oder wird das ein offenes Ende haben? Ja, sie haben halt jetzt relativ viel gemacht. Es fehlt aber noch einiges, aber scheinbar ist es ja in Verbindung mit Netflix geschehen, also aufgenommen worden, aber nicht von Netflix. Hm, mhm. Die ursprüngliche Produktionsfirma hat halt gesagt, dass zu wenig, ähm, dass die Einschaltquoten zu niedrig waren und haben dann halt gesagt... Weißt du, was wir jetzt, weißt du, was, weißt du, was, weißt du, was für ein Problem wir haben? Was denn? Aufgrund, dass du gestorben bist, haben wir zehn Level verloren. Übung. Ah! Und ich hier nehme erstmal eine Quest an, von wegen, erschlage so und so viele rote Schleime. Ja, easy, dachte ich mir. Ja, am Arsch. Sorry. Erzähl weiter von Shadowhunters. Sorry. Genau. Und, ähm, ja, die haben halt dann gesagt, so, wir drehen jetzt nicht weiter. Es ist halt schon viel abgeschlossen, aber irgendwie, ich hab die letzte Folge auch geguckt und dachte so, hä, da fehlt doch jetzt auf jeden Fall noch irgendwas. Und jetzt gibt's ja die große Petition, dass Netflix das komplett übernehmen soll. So hab ich das auf jeden Fall verstanden, damit's halt weitergeht. Ne, gut, aber ob Netflix das auch macht, ist die Frage, ne? Also ich glaube, auf Netflix ist die Serie relativ gut gelaufen. Ne, gut, aber Netflix hat, hat er an sich, so, feitsches mitbekommen haben wir ja eigentlich genug Serien, die gut laufen. Ich weiß es nicht. Ich kann auch gar nicht so gezahlt, dass sie sagen, ja, haben wir Bock drauf. Und da ich ja mitbekommen hab, dass das Franchise um die Serie richtig groß ist, wünsch ich mir eigentlich schon für die Fans, dass es weitergeht. Weil ich glaube, ich würd' auch ziemlich doof aus der Röhre gucken, wenn Kray's Anatomy auf einmal aufhört, ohne richtiges Ende. Fänd' das auch blöd. Weil du hast da wie viele Staffeln? Elf? 14. 14. 14. Und die 15. wird Anfang September in Amerika angefangen auszupacken. Fängt an im September in Amerika ausgestrahlt zu werden. Ja, aber ich find, es ist auch, wenn die Serie schon ewig geht, ich find's nicht langweilig. Ehrlich nicht. Aber das liegt halt auch einfach an meinem Interesse an den Fällen auch, die die haben. Also jetzt nicht nur den, die, ähm, den Hauptpunkt auf die Beziehung und diesen ganzen Gedöns, was sie da haben, zu legen. Ich find auch die Fälle ganz interessant. Und auch den Humor. Also ich mag den Humor, den die Serie auch nutzt. Ohneheimlich. Ja, also ich hab noch nicht so viel Agressenatomy geguckt, aber das, was ich geguckt habe, hat mir natürlich auch gefallen. Natürlich. Natürlich. Ja, keine Ahnung. Ich hab das früher durch meine Mom mitbekommen mit Grey's Anatomy und dann halt irgendwie jahrelang aus den Augen verloren. Und irgendwann kam ja das große, äh, ich schau nochmal alles an, um auf den neuesten Stand zu kommen. Ja, und ich glaub mittlerweile hab ich die Staffeln 1 bis 11, glaub ich, boah, lass mich lügen, fünfmal durchgesehen. Glaub ich, ich weiß es nicht. Germany's Next Topmodel geht absolut gar nicht für mich. Ja, aber die Sache ist halt, die Sitzung war jetzt nicht so, du musst mega dünn sein und so, sondern du musst halt kreativ sein. Vielleicht eher, vielleicht eher, es gab doch auch diese, ähm, diese Serie, wo du, wo so Designer waren, eher so in die Richtung. Es gab eine Serie, wo Designer waren, mhm, okay. Keine Ahnung. Also verschiedene Designer Sachen designen mussten und das wurde dann auch immer bewertet und der irgendwie hat dann am Ende gewonnen. Ah, das ist also wie jeglicher anderer TV-Blödsinn. Ich gucke halt seit Jahren keinen Fernseher mehr, also von daher, keine Ahnung. Also die Gründe, warum ich Fernsehen gucke, ist, äh, meistens zu, äh, Orison Song Contest. Und wenn irgendwas anderes Wichtiges ist, wie zum Beispiel letztens bei den Wahlen haben wir halt ein bisschen uns Input geholt übers Fernsehen, was zwar auch nicht unbedingt gerade die smarteste Idee gewesen ist, weil es Fernsehen ist, aber, ja, geht schlimmer. Also ich gucke Fernsehen um Autopsie und, äh, wie heißt das nochmal, Criminal, nee, Medical Detectives, genau. Selbst das gibt's nicht bei Amazon Prime, ich war so frustriert. Ich hätte so Lust darauf gehabt, wieder so ein bisschen was, ja, so ein bisschen mehr mysteriöse Serie zu sehen. Meine letzte, in der Art, war halt Lost und das habe ich auch schon vor anderthalb Jahren, zwei Jahren die letzte Folge gesehen. Und dann suchst du Medical Detectives auf Amazon Prime, nichts. Gibt's nicht mal, es gibt die nicht mal da. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich dafür zahlen müssen, sondern es gibt die da einfach nicht. Die ist non-existent, das ist wie Bielefeld. Mega frech einfach. Absolut mega frech, dass es das halt einfach nicht bei Amazon Prime gibt. Ja, so kam ich halt irgendwann halt auf Witches of East End, weil ich halt, äh, dachte so, nee, ich will eigentlich schon ein bisschen was mit mysteriöses und mit Drama und so gedöns gucken und, äh, ja, fand ich gut. Also es hat auch die richtige Art von Humor, den ich bevorzuge bei solchen Serien. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, von daher. Ja, ich habe angefangen, Pretty Little Liars. Ah, das habe ich glaube ich einmal, lief das im Deutschen? Ne, ist das nicht Tote Mädchen lügen nicht im Deutsch? Ne, das ist Fartus Reasons Why, genau. Richtig, ne, aber Pretty Little Liars sagt mir auch was. Lief das mal im deutschen Fernsehen? Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Äh, wo soll ich den Harz hintun? In die normale Kiste? Ne, der Harz kommt in die, äh, Samenkiste, weil, äh, da auch... Daraus Dünger hergestellt. Genau. Die Fille von den roten Schleimen muss ich jetzt noch erlegen. Gar keinen mehr, sehr schön. So, jetzt habe ich an einem Tag die ganzen Nerven wieder geholt, die du verschwendet hast. Wir sind ein gutes Team. Ich war kaputt und du machst es wieder hin. Ja, toll. Ja, so kommen wir aber nie ans Ende von der Mine, wenn wir so weitermachen. Nein, ich habe heute, ähm, oben mal angefangen bei Level 5 und vielleicht level ich ja jetzt ein bisschen auf. Ach, du warst auch in den Minen? Ja. Ich habe es ganz gut bekommen. Ich finde es auch gut, dass ich jetzt, wenn ich alleine aufnehme, bin ich in den Minen immer total konzentriert und angespannt, um es halt zu schaffen. Jetzt aber gerade kann ich mich super mit dir unterhalten und kriege es trotzdem hin, in den Minen nicht abzukacken. Was mega lustig ist. Ich weiß nicht, warum ich mich im Singleplayer so darauf fokussiere, obwohl es im Multiplayer auch so funktioniert. Ich denke, so zwischen uns läuft das Gespräch halt einfach weiter. Und wenn du halt alleine bist, musst du halt die ganze Zeit, was will ich sagen, was will ich sagen, was will ich sagen, was will ich sagen, was könnte ich dazu noch sagen. Und dass das einfach viel mehr einen Anspruch nimmt. Das kann sein. Das ist gut möglich. Alter, was war das denn? Lass mal deinen Tisch stehen. Ja, das war meine Tasse. Die stand auf Kipp. Auf Kipp. Auf Kipp. Auf Kipp. Auf der Schere drauf. Aber du bist schon im Bett, oder was? Ja, ich bin im Bett. Ich warte auf dich. Ja, ich eile. Ich eile, ich eile. Ich jetzt nämlich auch. Ich muss mal was trinken hier, sonst bricht mir meine Stimme gleich weg. Uhhh. Die Flasche tropft wieder. Ach du Gott. Kampfstufe 5. Wähle einen Beruf. Kämpfer. Alle Angriff verursachen 10% mehr Schaden. Ja. Aber ich finde diese Wahrscheinlichkeit eines griffischen Kretters, eines kritischen Treffers um 5 Knot erhöht, finde ich Schwachsinn. Gott. Ja. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!